Äh. 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 Boah. Wirklich wieder rein jetzt hier? Was ist denn hier los? Äh. Äh. Ich nix. Ich nix. Oh scheiße. Eine Waffe? Kann ich mich jetzt wieder locken? Ja. Was? Boa. Boa. Boaa. Boa. Boa. Weiß er dass ich hier bin? Boa. Weiß er dass ich null Aimer? Boa. 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 Weiß er, dass er tot ist? Er ist Angst, er ist weggezogen. Er ist weggezogen. Er ist weggezogen. Er ist weggezogen. Mit Maus und Tastatur. Er ist weggezogen. 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 Ich könnte jetzt sofort in PUBG gehen und würde zerstören. Aber hier in Fortnite irgendwie nein. Warum? Ich würde das auch mit Fortnite können. Aber ich habe tatsächlich schon einen Win mit Maus und Tastatur in Fortnite. Gut, ne? So ist es ja nicht. Die haben sich aber auch nicht wirklich gewehrt. Das waren Freekills jetzt. Der letzte hat sich ein bisschen gewehrt. Aber wäre da einer ein Werk gewesen, der was könnte, hätte ich ein Problem gehabt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. können wir gerade was testen warum baut der nicht ab? warum hat der geschossen? der hat den schuss auch nicht abgezogen da waren meine finger wieder schneller als das spiel interessant so so Okay. Das war auch schon ein Sniper-Ding. Das war auch schon ein Sniper-Ding. Das war 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 schon ein Sniper. Das war schon ein Sniper-Ding. Das war schon ein Sniper. Das war schon ein Sniper. Das war schon ein Sniper-Ding. Das war schon ein Sniper-Ding. Das war schon ein Sniper. Das war schon ein Sniper-Ding. 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 Fuck, man. Scheiß doch die Wand an. Mit der Bohrmaschine geholt. Das Problem ist jetzt... Ich hab 999 Eisen. Was? Du machst gut. Alter! Ja dacke. So, die heiße Phase beginnt, ne? Frage ist als allererstes, hängt der da noch drin? Nein. Ich will die ganze Zeit das Eisen hier aufsammeln, aber... Jack, Jack, man. Grüß dich. Boah, bin ich am Schwitzen, Leute. Ich glaub, das ist tatsächlich die beste Runde, die wir bisher heute gespielt haben und die hier ist auch noch... Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na, Roboter? Und die Zone? Sicher schießen, bitte. I'm a nice guy. What the fuck, ist der da drin? What the fuck, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? I won't get you. I won't get you. Okay. I won't get you. warum steht denn das ding da noch so 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 Oh Das ist nicht mehr Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht Hey